So Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Heute geht es um ein Einjahres-Spezial, das am 23. März ist. Und ich wollte euch darüber informieren, dass ich ein kleines Gewinnspiel machen werde, indem ich drei Dota 2 Keys verlose. Also eigentlich ist das hier nur ein Ankündigungsvideo, in dem ich versuche noch möglichst viele Leute heranzukratzen, und ja, damit ich noch so ein paar Leute bekomme, die doch noch bei meinem Gewinnspiel mitmachen. Denn ich habe ja halt noch nicht so viele Abonnenten, und ja, deswegen versuche ich eigentlich nur mit diesem Video ein paar Leute von euch gierig zu machen. Und ja, ein Dankeschön, die Verlosung und noch ein paar andere Sachen werden dann am 23. März 2013 folgen. Also wenn ihr Lust habt, Dota 2 zu gewinnen, dann merkt euch einfach nur meinen Kanal. Am 23. März wird schon das Video dann öffentlich sein, und ihr könnt Dota 2 gewinnen. Wir sehen uns dann am 23. März 2013, und ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Spaß am Trailer von Dota 2. Wir sehen uns dann, haut rein! Dota 2. März 2013. What does a hero truly mean? That is for you to decide.